Der wird direkt auf mich gehen. Der macht jetzt das, was ich vorhin mit dem Mitländer gemacht habe. Richtig ehrenlos. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Servus AlphaZentauri, willkommen. Es könnte risky sein, nur eine 2 zu starten. Eigentlich müsste ich mit meiner 1 starten und in der Lane bleiben. Aber ich will die Wave schnell clearen. Gut, dass ich noch den Auto gemacht habe. Den habe ich noch gebraucht. Okay, wir haben Level 1 gut überstanden. Der Rest ist dann Nebensache. Oh da. Ich bin auf der Lane. What the fuck? Spasti, Alter. Sieht ihr nicht, dass ich auf der Lane bin? Nein! Jawoll, den habe ich noch bekommen. Junge! Sieht ihr nicht, dass ich die Lane push, dann geht er da so rein und dann erstmal have fun. Richtig, richtig korrekt, Alter. 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 Richtig, richtig korrekt, Alter. Höre doch auf zu campen, ich will farmen. Das ist mir gerade um einiges wichtiger. Nach vorne zu campen und außen zu campen. Jaja, natürlich. Ich muss ihn nur angucken und er stirbt. So langsam. Hä, ein Cupid hat ein scheiß Clear am Anfang. Ich weiß nicht was ihr euch gerade denkt Leute. Na ja klar, Zeus hat einen heftigen Clear wenn der die Möglichkeit dazu kriegt. Tigger gibt den in den Red Buff. Und auch die Mutals. Und auch die Mutals. Okay. Und auch die Mutals. Und auch die Mutals. So, dafür, dass ich eigentlich dachte, dass wir komplett im Arsch sind, stellen wir uns relativ gut an. Und vielleicht zum Rest des Teams, die nur am Rumheulen sind. Ja, den, komm, Solo den noch am besten. Leute, ich mach mal die Musik aus, die fuck mich grad eher ab, als dass die mich unterhält. So. Bereit! Tricks, die anderen Seite! Hätte ich das? Nee, hätte ich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Bild, Bro. Reden wir nicht dazwischen. Hallo. Hallo! Digger, ich bin Zeus mit Main. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem Pizza knacklich. Ich war Ehre, hunderschön. Kähniamo Jagd Paradise englisch! Das habe ich ein mir Charlene. Digga! Der, der der Gap, Digger, ei addict. Ich bin alleine gegen die attack veinesは unsicherしい. Jock Giselle, Utica. Der Gap ist Job, Giesel. Der weiß genau, was der macht, der Bruder. Was heißt die Ü? Der Gap ist weg. Der Gap ist weg. Oder hierher? Hahaha. Hahaha Wir sind ein Team, da kennt er dich, Alter. Wir sind ein Team. Äh, es ist zu nice. An links hat ein bisschen Probleme. So. Zuerst war es nur eine Aufgabe und so wurde der Diener zum Zeus-Main. Ne, Gap ist schon ganz gut. Gap ist super mit Zeus, Affina ist auch okay. Ähm, was ist noch gut? Silvanus ist gut mit einem Zeus. Alla. 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 Set up an ambush here! Nee, nee, Afro hat die längsten. Afro hat den längsten, Bruder. Noch sehr easy, Frigun. Dieser Gap, Digger, ich liebe ihn, ich liebe ihn, Alter. Ey, ey, der weiß, was er macht, der Bruder, der weiß, was er macht. Retreat? Ich muss nicht mal mehr denken, Alter. Ich muss nicht mal mehr denken. Ich muss nicht mal sehen. Ich muss nicht mal sehen, Alter. Ich muss nicht mal sehen, Alter. Ich muss nicht mal sehen, Alter. Ruf, mach mal Fire, Freunde. Oh, es ist der ADC. Bruder. 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 Okay, das war dumm. Da hätte ich leechten müssen. Bruder. Da hat der Carry Damage gefehlt auf jeden Fall. Da hat meiner nicht gereicht. Okay, jetzt brauchen wir Cooldowns, Freunde. Ich überleg mir sogar so einen Pride Wind zu holen. Aber irgendwie war es ja auch noch ein bisschen Uhr. Da hat er auch noch ein paar Jahre. Ups. Upsi, Upsi. Upsi, Upsi. Ja, kommt noch, kommt noch. Ja, kommt noch, kommt noch. Oh Das ist ein Tupelkopf. Ja, okay, warte. Gleich. Ja, ohne Minis ist es schwer. Was kostet der Spaß? 2,250. So, genug. Rock's this crowd, man! Okay. Enemies, incoming bright. Ach, Staff of Meridian würde uns gut tun. 10% Penn. Ja, wir haben an sich schon wenig Penn, wir brauchen mehr Penn. Müssen wir uns ein Obsidian holen. Enemies, startet. Ich bin zu laut. Ich bin zu laut. On my way. Soll ich hier auch viel Kälte auch nicht. Soll ich hier auch nicht schlecht gewesen. Soll ich hier auch nicht. 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 Wir haben einen mittleren Feinstein-Phoenix gestorben. Richtig schön. Ah, Altox, jetzt haben wir den Zeus-Pick gemacht. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch!